Emily versucht in der Serie, gute Zeiten, schlechte Zeiten, zu funktionieren. Sascha, Daniel Noah, hat Emily, Anne Mendel, in der Serie, gute Zeiten, schlechte Zeiten, mit gebrochenem Herzen zurückgelassen. Seit Wochen plagt sie sich mit ihrem Liebeskummer herum. Dass er in einer Nacht- und Nebelaktion nach Ägypten aufbrach, ohne sich zu verabschieden, macht die Situation umso schmerzhafter. Dabei hat Emily allen Grund zur Freude. In wenigen Tagen wird Stardesigner Simon March ihre Taschen zusammen mit seiner neuen Kollektion zeigen, und das ausgerechnet in der Modemetropole Paris. Es sollte mein Neuanfang werden, und jetzt steht alles auf dem Spiel, sagt Anne Mendel im Trailer zum GZSZ-Special in Spielfilmlänge, das RTL am Donnerstag, 23. November, auch im Free-TV zeigt. Doch um den Neuanfang muss Emily hart kämpfen. GZSZ Emily findet Trost. Sie schafft es in ihrem Liebeskummer kaum aus dem Bett, geschweige denn nach Paris, wo der vorläufige Höhepunkt ihrer Karriere auf sie wartet. Lilly, ihres Mareike stehen, macht Emily glücklicherweise klar, dass sie sich so eine Chance nicht wegen Sascha entgehen lassen darf. So macht sie sich in letzter Sekunde auf den Weg nach Frankreich, wo sie unfreiwillig Johns, Felix von Yaroff, und Lauras, Chrysanthi Kavasi, Zweisamkeit stört. Emily bereut schon, doch noch angereist zu sein, bis sie sich dank des charmanten Barkeepers für eine Nacht auf Paris einlässt. Sie ahnt nicht, dass ein überraschendes Wiedersehen bald alles auf den Kopf stellen wird. Nicht nur, dass Emilys Herz auf die Probe gestellt wird, und sie ist plötzlich in größter Gefahr. GZSZ Daniel Noah feiert Comeback Wie ihr vielleicht schon wisst, wird Emily während der Modenschau von Sascha überrascht. In Paris zeigte Laura, John und ihr das Ergebnis seiner Recherchen im Fall Mohammed. Doch sein Auftauchen bleibt nicht ohne Folgen. Wenig später schwebt Emily in Lebensgefahr, was Laura vor eine ultimative Wahl stellt. Seid gespannt! Daniel Noah Sascha erfährt durch einen Flyer, dass Emily mit ihrer Flederback-Kollektion Teil einer Modenschau in Paris ist, gibt Daniel Noah einen ersten Einblick in das, was die Fans erwartet. Dort treffen sich kurz ihre Blicke, während Emily über den Laufsteg geht. Kurz darauf macht sie Sascha in seiner Unterkunft ausfindig. Trotz der Umstände verbringen sie eine Nacht zusammen, und alles fühlt sich an wie früher. Weg, wir haben bis zum Weg in der Mitte des Felsen, bis zum Weg in der Mitte des Felsen. Datsang auf den Weg in der Mitte des Felsen, auf jeden Fall Fall